das ist doch nicht wahr ist es normal wenn man drogen genommen hat was ist denn los komm da hast du einen gang komm ey was ich will da drögen 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 scheiße das ist das sieht halt auch so bekloppt nein nein drögen 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 gröge gröge drögen 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 tighten trox lgado einen herzen noch ok lockdown bekommen Da bekommt man wunderschöne Effekte, die dann nach... Und ein fliegendes Einhorn. Trögen, 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 trögen. Ja, ich hab's schon. Ach, das... Das erklär ich dir ein andermal. Warum hab ich 64 Aquareing getrieben in den Tag? Ich hoffe dich. Und wüsste dich. Und diese Drögen, die ich meine, sie sind einhegern. Warum bestätigst du das dann, Sarah? Was? Das ist fliegende Einhorn dagegen. Und diese Drögen, die ich meine, heißen. Nein. Lerne. 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 Und diese Drögen sind so wunderschöne. Was singst du denn? Drogen, 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 Drogen hab ich nur verstanden. Drögen, Drögen. Was? Ich würde gerne irgendwann, ne? Also, ich würde... Nein, Schem. Boah, gibt's doch immer. So, Stickstoff, Trögen, Trögen... Wir sind alle auf Drogen. Irgendwie fallen hier immer alle um. Trögen, deine... Das ist das einzige mal, dass ich umfalle. Talium, nee. Weißt du was, Ike? Ja. Ah, hier. Meth. Ich steck mal so was von... Ja? Seals... Nee, nein, nein. Okay. Meth, Antitamina, Schnelligkeit, Ray and Me. Na doch. Was hab ich da aufgesammelt? Warte. Irgendwas. Ich will doch gerade Kokain herstellen. Lass mich! Get out of my room, I'm putting my... Aspirin, Teure... Ich... Aspire! Sind das alles die Tabletten? Ähm... 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 Spinner, lass mich lieb... Okay, okay. Nein. Ja, bin mal kurz weg. Okay. Nein. Bitte. Oh, Mann. Heeeee lee5eeа fitting... Nein. Nein. Oh, Gott. Was tut ich denn im Arme wieder an? Äh, nix. Er schmeißt mich alt gegen eine Wand. Ja, genau. Was? Ja, der tretet mich gegen eine Wand. Die ganze Zeit. Ich werde hier verdroschen. Das ist eine Lüge. Ich zeig dir- Hey, warum hab ich ne... Ich zeig dir nur mein Poli-Tool. Warte, 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 warte. Hast du da jetzt hingekleppt? Nein, 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 nein. Guck. Warum hab ich eine Bullet? Die gibt's von irgendwoher. Achso. Die hast du bestimmt hier oben rausgeholt. Da sind nur noch drei Stück drin. Die sehen aus wie ein Dildo. Aber ein Mini-Form. Ja, warte. Guck mal. Das ist das eindeutige ein Zäpfchen. Nee, das ist ein Dildo. Das reicht aus für Sarah. Die ist... Na guckst du dir doch mal an, die ist doch so klein. Und die hat lila ne Augen. Hallo? Guck mal, sie ist klein, hat lila ne Augen. Ja, aber diese Puppe hat einen fetten Kopf. Die hat einen fetten Kopf. Schick mir mal bitte ein Screenshot von dem, was du meinst. Mach ich später. Die Puppe sieht einfach männlich aus. Ich will wissen, was das... Was... Was Ike die ganze Zeit nach meinem Namen benennt. Ike, ich würde halt gerne wirklich zum Ende kommen. Ja, dann mach doch mal. Ja, aber... Kann man die auch hinlegen? Geht schlecht, wenn ihr mich als killt. Stargate, was... Ich würde die gerne hinsetzen wollen. Oh, ich mach den Stargate-Ring-Block. Ich hab Schokolade. Ich hab Schokolade. Ich hab Schokolade. Okay. Ich mach's. Das geht dir wirklich gut. Ja, das geht ganz gut. Mabel, komm mal hoch. Was denn? Sarah spielt verstecken. Siehst du das da unten? Siehst du das da... Warte mal, wo bist du? Hä? Hier, hallo. Hä? Ich war genau vor dir. Ich seh das. Sarah spielt verstecken. Aspirin. Was? Ich will versuchen, das Ding hinzulegen. So bekloppt aus. Oder zumindest hinzusetzen. Es tut mir echt... Was macht ihr da? Aber es sieht so hart, Loco. Au. Was macht ihr da? Vor allem bin ich die Spanker. Ey, das ist so geil. So, das ist auch 90. Das machen wir auch auf 90. Warte mal. Hallo, 90? Jetzt. Kann man dich nie noch aus... Warte mal, jetzt muss ich was testen. Also, wenn das wirklich geht. Ich muss sie erstmal groß machen. Ansonsten ist das ein bisschen pervers. Ich hab Tränen in den Augen. Ich hab Tränen in den Augen. Was ist das? Was ist das? Das ist die Sarah. Das ist gemein. Melvin, stell dich mal davor. Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Melvin, 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 Melvin. Wir sind von einem schlechten... Naja. Ich komm da nicht mehr mit klar. Wir sind von einem schlechten Porno. Melvin, Melvin, Sarah. Was? Was ist das? Was macht ihr? Was denn? Ich... 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 Du musst das hier so hier so machen. Nein, so hier... Nein, so hier... Ich muss... Ich muss... Ich... Warte... Tyrax, das muss ich screenshot... Warte... Ne, du musst dich hinstellen, dass man den Namen sieht. Äh... Jetzt. Ach so. Oh, episch. Episch. Aber Tyrax, guck mal, sie will auch Spaß haben. Ich weiß nicht mehr. Was? Es ist mir so leid. Aber es ist einfach zu gering. Ich will mich sowieso lachen. Also, keine Sorge. Aber es ist noch mit meinem Namen. Oh, nein, warte mal. Es ist so, als wenn du... ... den Steve vodest. Oh, nein, Melvin, tut das nicht. Oh, nein. Oh, das ist geil. Oh, schön. Ey. Oh, ich muss das nochmal neu machen. Ich... Ich auch. Ich hab so Tränen in den Augen. Was macht ihr? Ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall, du kannst nichts anstecken. Ich glaub ja. Also, bei uns ist liebliche Hoffnung verloren. Oh, Gott. Melvin, geh doch mal zu deiner süßen... Was macht ihr? Das ist... Ich hab so ne Bauchschmerzen. Ich hab so ne Bauchschmerzen. Ich hab so... Wieso lacht ihr? Hey, mach das mal wieder, Gruves. Es tut mir echt leid, Sarah. Aber das ist... Ich weiß ja nicht mehr, wieso ihr lacht. Ist auch gut so. Ist auch gut so. Nein, ich will jetzt was für ihr so. Oh, ich kann wirklich... Wieso lacht ihr? Wieso lacht ihr? Wieso lacht ihr? Sarah, keine Sorge, du kriegst deinen Haupt-Screen-Shot zu mir. Es tut mir so leid. Es ist... Oh, ich muss noch mal... Wie ist der Sarah? Ich... Nee, ich kann nicht mehr. Das größte, was mir Angst ist, ist, dass es halt Sarah heilt. Ist gut so. Ist gut so. Und ihr euch todlacht. Ich kann einfach nicht mehr. Es... Genau, gib mir mal so eine Bullet. Genau. Oh nein. Oh nein. Ich kann gerne einen Screenshot schon. Hä? Aua. Äh. Ey, mir tut gerade wirklich... Mein Kiefer tut mir echt weh gerade. Schade, das sieht ein bisschen kacke aus. Euch tut alles weh vor Lachen und... Ich hab mir immer nur wie so gelacht. Also hör auf unter dem Strumpen zu stehen. Ich bin halt einfach zu heiß. Ey, das war wie gestern. Das war wie gestern. Das war wie gestern. Oh Gott. Vor allem... Ey, das will ich testen. Kann man die auf alle Viere nehmen? Wenn das geht, fress ich einen Besen. Das macht ihr. Wir kommen einfach nicht weiter. Warte? Wir kommen nicht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss... Muss ich Angst haben. Ich kann es so nach oben machen. Nee, nee. Wir machen das erste Mal so. 50. Da geht ihr hier auch 90. Ich will einen Screenshot. Ich will wissen, was da ist. Bekommst du auch. Bekommst du auch. Ey, mir tut gerade... Es ist gerade... Das geht schlecht, weil hier die Barrikade ist. Achso, scheiße. Scheiße, warte dann. Muss ich sie doch hier auf... Mit dich setzen. Der Helix, du musst noch ein Stück näher ran. Alles klar. Ey, der Mod ist so geil. Wie heißt der? Amor's Workshop. Oh, der muss ich mir merken. Der kommt bei Steam Pop mit rein. Oh ja. Oh Gott. 13 Minuten lang nur Scheiße gebaut jetzt. 13 Minuten lang habt ihr nur gelacht. Wir kommen aber nicht mit der... Wir sind einfach nicht fertig mit dem Projekt. Vor allem... Und vor allem, ich muss gleich auf. Ey, wir können das Projekt mit der Folge gern beenden. Ich hab damit kein Problem. Das ist, denke ich, schon lang genug. Ja. Hier, äh... Äh, äh... O-P-Tile-Rocks. Ja, von mir aus alles in die Luft. Kann man uns gern mal alle in den Gamewood versetzen. Dass wir hier nicht sterben. Ja, ich geh auch gerade mal... Oh Gott. Oh Gott, ich kann einfach nicht mehr. Das ist so episch. Ich hab gerade echt geheult. Ich aber auch. Aber der Mod ist so geil. Also der muss auf jeden Fall... Ich will jetzt zu Hause. Ich will wissen... Oh, äh... Ja. Es ist echt leid. Also... Oh, äh... Ihr macht mich hier gerade... Ihr treibt mich gerade in den Wahnsinn, weil ich einfach nur wissen will, worüber... Ich verstehe... Ich verstehe... Vor allem, was für ein breiter Arsch das ist. Was? Die Beine hinten müssen noch ein Stück auseinander gehen, damit man auch noch... Eik, Eik... Eik, Eik... Warte, stell dich schon mal davor. Ja. Gucken, krieg ich das so... Ja! Episch. Geiles Bild nochmal geworden. Das kann ich jetzt... Äh... Du kannst dir... Äh... Alles... Äh... Äh... Game Mod 1... Oh, ich will diese Disk... Ich will... Tirex... Oh... Du kannst gern Dynamit sprengen, wie du willst... Oh, ich kann einfach nicht mehr... Keine Wunde, du lachst dich da gerade tot... Und ich weiß nicht mal, was ist. Tirex seid immer glasenvoll. Ey, das war einfach... Ich will jetzt wissen, was los ist. Ja, die Folge ist gerade zu Ende und dann schicke ich dir die Bilder. Äh... Okay. Oh, lol. Ich hab's so herzlich, ich hab's schon lange nicht mehr gedacht. Warum läuft die Musik weiter? Keine Ahnung. Ey, das war einfach... Also... Das war aber zu episch. Hä, lol. Es gibt einen Brutstand. Warum auch immer. Okay. Und einen... Stuhl? Es gibt einen Stuhl. Ja, den hab ich auch schon gesehen. Ey, man kann sich leider nicht reinsetzen. Nee, das ist schade. Monitor. Ach. Ach, ey... Es gibt Computer-Craft. Ja, hier gibt's so'n... ...ne Uhr. Was ist das? Ne Uhr. Also ne wirkliche. Stimmt? Ja. Scheiße. Ey. Frag mich, wann er das mitkriegt hier. Ach, du heiliger. Ach, du heiliger. Ach, du heiliger. Äh... Das müssten dann von... ...die gesperrten Endbosse sein von... ...Dings. Galactic Craft. Huch. Dr. Hu, sind sie's. Alter, was macht ihr? Nix. Loll. Ich hab'n Sonic Blaster. Äh... Ja, gut. Hui. Was gibt's denn noch? Oh, ich muss erst mal ein bisschen in die Luft gehen. Dieses Sword-Pack ist einfach nur zu creepy gewesen zum Schluss. Oh, ja. Meinst du? Die arme Sarah wurde jetzt so hart geschändet von euch. Und von euch. Ich weiß... Was ist denn hier? Ich muss versuchen. Aber ein Tal, Roxanne. Am meisten... Ich weiß nicht, was überhaupt meine Reaktion sein wird, weil ich nicht weiß, was kommt. Es kam... ...sehr viel. Oh, ja. Und wenn das jetzt irgendwas Schlimmes ist, dann ist Melvin am Arsch. Ich natürlich. Und Tal Rox auch. Man sieht doch dein Skin, Melvin. Ähm. Das war nicht... Äh... Sarah, ich kann dir alles erklären. Da kannst du dich nicht mehr rausreden. Oh. Ich kann dir alles erklären. Leute. Kennt ihr sowas? Aber du hast auch gelacht. Oh, viel Spaß. Darfst du gerne zünden. Kann ich gerne zünden? Ja. Ich hab Brillengläser an. Wir sind alle im Game-Mod. Gut. Waren nochmal das Feuer zu. Ich hoffe, das geht mir noch. Ansonsten Redstone. Ich hab auch einen Hut an. Ja. Dass mich sowas mal fasziniert. Äh, mach mal Redstone. Lade geht das nicht. Captain Jack? Oh. Hier ist Captain Jack. Ähm. Wie viele FPS hab ich? Ich hab volle... Ich habe... Oh Gott, wie viel hab ich denn? Los, meine Armee. Ich hab aus 60 gedrosselt. Ich hab eine Armee. Es zündet immer noch. Dumm. 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 Warum zündet das noch? Dumm. Frage. Jetzt. Oh, jetzt. Jetzt. Ähm. Ja. Ähm. Ja. 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 Oh. 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 Oh, episch. Oh. 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 Davon zünde ich jetzt gleich. Oh, noch ein paar. Nein, nicht meine Captain Jacks. Oh, das war's. Ähm. Erfolg. Erfolg mir. Äh. Ja. Äh. 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 Ja. Äh. Ja. Ja. Was denn? Werden alle sterben. Ja, das sowieso. Ui. Ich hör das einfach nur zünden. Ich kann einfach nicht mehr. Ach du heiliger, das ganze. Ja, die ganze Bass. Ich kann nicht mehr. Ähm. Ja. Was ist denn los? Viel Spaß, Leute, ne? Ich geh nach dem Buckel. Ach du heiliger. Oh. Leute. Es ist vorbei. Hä? Minecraft hat sich geschlossen. Ihr seid alle Bede geläftet. Geil. Ich bin auch auf dem Server. Mein Minecraft hat sich von selbst geschlossen. Äh. Okay. Hier. Wo ich draufstehe. W-was? Also, Sarah. Was? Was denn? Was? Guck hier. Das hat's überlebt. Warte. Ich hab dir gesagt, Sarah. Die misshandeln dich wortwörtlich. Oh, lol. Ähm. Hier. Was? Ja. Elven. Ja? Mal her. Ah. Hä? Oh, not a rocks. Ja. Ihr habt alle beide OP. Ich kann mich nicht reinsetzen. Äh, du brauchst so ein Schlüssel. Oh, lol. Äh. Mal eine ganz dumme Frage. Wo seid ihr? Äh. Da, wo du nicht bist. Ich glaub, ich bin grad im Himmel. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Wo seid ihr? Hier ladet grad alles. Und es ist... Wir sind im Time-Rotor. Wo ist der? Äh, da, wo das Dr. Who haust... Wo ist das? Ach, hier, diese Telefon... Das leuchtende einzelne Ding. Das ist die Telefonzelle? Was habt ihr mit dieser Statum gemacht? Warte mal. Wir haben sie vergewaltigt. Wortwörtlich. Ja, das sieht man. Geh einfach mal rein. Also, äh, draufklicken. Oh, ich hab die abgebaut. Was? Ja. Tarrox. Ich hab die... Sorry, das ist sie ja. Kannst du auch finden, das abzubauen? Äh, das ist schon lange weg. Wir sind in der Zeit gefangen. X6. Das ist schon lange weg, das Haus. Ich hab's einfach abgebaut. Wir sind in der Zeit gefangen, Tarrox. Oh, lol, das kannst du hier steuern. Guck mal. Hä? Lol. Wie hieß denn das Ding? Äh, äh... Ich glaub, TARDIS oder so. TARDIS, ja. TARDIS-Mod. Äh, TARDIS... Geh weg. Nein, ich will das bedienen. Ach, lass mal den Scheiß finden. Da. TARDIS, Telefonzelle. Oh, äh... Man kann ja auch Knöpfe drücken. Bip, bip, bub, bip, bip, bip. Äh, ich seh euch nicht. Wo bist du? In so nem Raumschiff. TARDIS-TARDIS-Interface. Oh, oh, TARDIS-Rocks. Das ist aber mein Problem, du. Was hätte ich eigentlich ganz runterfallen? Äh, okay. Dahinter ist nix. Oh. Ich seh irgendwas. Irgendwas glitzerndes. Es kommt immer näher. Hä, was ist das denn? Warte mal. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das ist irgendwas... Definitiv. Kein End. Das ist so ne kleine Galaxie, oder so. Ich kann mich nicht über die Dimension hinweg teleportieren. Ja, wir sind irgendwie im Zeitraum-Kontinuum gefangen. Warum ist hier so ein ganz kleiner Fleck voll Sterne? Ja, da war ich grad. Und was ist das? Ich weiß es nicht, hab ich nie probiert. MELDEN! Kann man nicht abbauen. Hä? Was machst denn du da oben? Hör auf, Zeit und... Starrocks zerstört einfach Zeit und Raum. Ich zerstöre. Ich hab das Gebäude hier auch zerstört. Was war Starrocks? Ich hab keinen Bock mehr auf die Zeit. Ey, ich zünd jetzt hier drinnen den Nuklearbomb und dann hau ich raus. Ich hab keinen Bock mehr auf die Zeit, komm weg mir an den Arsch. Ey, das wollte ich grad auch machen. Au, au, au. Das ist laut. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich will jetzt so lachen, ihr kommt nicht mehr raus, weil ich das Ding abgebaut hab. Teilrocks, das ist keine gute Idee. Das ist ne gute Idee, lasst mir. Ey, ich glaub... Was sehen, was von der Zeit und Raum noch übrig ist, Alter, von der Sch***t halt. Ich glaub, wir haben grad Raum und Zeit zerstört. Mal sehen, ob von dem Kack noch was übrig ist, Alter. Ich geh zum nächsten Universum, tschüss. Wohin? Ja, da unten, zum Fleck. Au. Ja, genau, das hab ich mir eben grad auch gedacht. Ich glaube, es gibt einfach keinen Raum und Zeit mehr, wenn ich's kaputt gemacht habe. Ich hab ja eure Telefonzelle abgebaut. Ja, äh... Oh, fuck, warte mal, wir kommen hier wieder zurück. Gar nicht. Wir kommen einfach wirklich nicht nach Hause. Ja, dann müssen wir uns ein Leben da aufbauen, ne? Gut, dann war's das mit Geiglicksal. Ja, auf was denn? Da ist kein Block mehr in der Luft, ne? So. Ich würd' sagen, das war's mit Galactic Signs. Ja. Die letzte Folge war jetzt noch richtig geil. Auch, dass Minecraft Mitten dann einfach mal abgespielt ist. Aber, dass ihr die Sarah so penetriert habt. Aber gut. Ich war da nicht dran beteiligt. Überhaupt nicht! Das war's dann. Musik 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 Jetzt like